Das ist ganz schön zynisch, zu sagen, es muss der höchste Standard gelten in Bereichen, wie zum Beispiel der Nahrungsmittelindustrie. Also wir wollen ganz was anderes. Wir brauchen eine Art und Weise von bäuerlicher Landwirtschaft, die Tierrechte wahrt, die diese Menschen, die diesen Tieren auch wieder sowas gewürdigt. Und vor allem brauchen wir die Möglichkeit, so etwas zu regulieren. Und dazu brauchen wir das Gegenteil von TTI. Und dann haben wir kein Abkommen hinter verschlossenen Türen. Es müssen alle Papiere veröffentlicht werden und am Ende alle nationalen Parlamente zustimmen. Wir haben es okay, so ein Abkommen sollen, bitte schön, aber nicht nur veröffentlicht werden, sondern es sollen ein Stakeholder, alle Berührungsgruppen, mit einem Tisch sitzen. Wer sitzt denn jetzt mit am Verhandlungstisch, formell oder informell? Das sind doch ja eigentlich nur diejenigen, die wirklich auch was davon haben. Das sieht man doch auch an der Art und Weise, in denen wir in den Lobbys vertreten sind. Dass da einfach der Verbraucherschutz unterrepräsentiert ist, dass es da vielleicht ein Greenpeace-Büro gibt, aber dass es da hunderte, tausende von den Industrielobbys gibt, führt eben dazu, dass formell oder informell genau eine bestimmte Gruppe an Menschen am Verhandlungstisch sitzen, wo ich dann sagen muss, da ist es mir gar nicht so wurscht, ob die Verhandlungspapiere geheim sind oder nicht, sondern diese Form der Verhandlung muss aufhören. Und deswegen muss ich sagen, wir gehen näher und setzen setzen. Also da muss man auch ein bisschen üben. Ich bin wirklich ein hundertprozentiger Gegner dieser Art der Verhandlung, dieser Art von Freihandel. Und das möchte ich Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen näher bringen. Und deswegen steht hier ganz oben, Freihandel heißt. Da stellt sich eben die Frage, ob jedes Wachstum gut ist, weil Freihandel-Verträge wollen ja zielblind irgendein Wachstum erhören. Aber ich glaube, wenn man sich den Planeten so anschaut, dann sollte man über manche Wachstumsprozesse etwas tiefer nachdenken. So, das bin ich wieder weiter. CETA. Bei uns wird immer vorgeworfen, der stochert im Nebel. Es ist ja noch gar nichts heraus, was bei TETE passiert. CETA liegt aber vor. Also man kann sich den Vertrag anschauen, beziehungsweise man kann zum Beispiel die hervorragenden Arbeiten von Tobas Fritz durchlesen und sich genauestens informieren, was CETA besagt. Auf Deutsch, gestochen scharf und für jeden verständlich. Da ist überhaupt kein Stochern mehr im Nebel. Und auch bezüglich TETE gibt es kein Stochern mehr im Nebel, weil da so viel schon durchgesickert ist, dass man auch da sehr genau weiß, wo der Hase lang läuft. Das ist ja auch völlig klar, wenn man sich die Lobby-Einflüsse anschaut, klar, in welcher Richtung ist. Okay, dann noch vielleicht ein kurzes, wir haben kurz hingewiesen auf diese Konzernflageliche, und dann natürlich auch die Frage beantworten, wohin sollte die Reise eigentlich kommen? Okay, also Freihandel heißt, entgrenzen und marktförmig gestalten. Und das mag vielleicht nach dem zweiten Weltkrieg ein wirklich progressiver Prozess gewesen sein. Das heißt, zum Beispiel in Bretton Woods sich Menschen zusammengesetzt haben, die gesagt haben, wir brauchen eine andere Art, miteinander umzugehen. Wir müssen zum Beispiel wieder miteinander handeln. Das ist besser, als sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Das ist durchaus etwas Progressives gewesen im 20. Jahrhundert. Also die ganze Zwischendienstphase, da gab es auch keinen Freihand, sondern da gab es militärische Blöcke, und innerhalb der befreundeten Staaten wurden Zölle gesenkt, und zwischen den Nichtfreunden wurde geschaffert. Also haben wir den Bretton Woods einfach gesagt, okay, wir machen ein multilaterales Handelssystem, diese GATT-Verhandlungsrunden, die haben deswegen so attraktiv, weil gesagt wurde, wenn ein Land, für eine verhandelten Land, das soll es sehr eng sein, ist für alle Mitgliedsländer gelten. Das war eben das verbindende Element, und deswegen haben auch möglichst viele Länder versucht, da Mitglieder zu werden. Weil es einfach sehr schnell sehr, sehr große Handelsvorteile für die Länder gab. Aber aus diesem Zeitalter, da sind wir längst heraus. Also diese GATT-Verhandlungsrunden waren ein Riesenerfolg. Meines Erachtens ist es aber spätestens mit der Gründung der WTO in eine Ideologie gekippt, wo es nicht mehr darum geht, eben einen Welthandel als etwas Verbindendes zu gestalten, sondern wo es darum ging, möglichst viel zu handeln. Wo gesagt wurde, das ist so dieser Kurzschluss, der natürlich auch sich durch die Wirtschaftswissenschaften zieht, wenn Märkte größer werden, dann gibt es mehr Konkurrenz. Dann werden die Arbeitnehmer zu mehr Innovationen und kreativen Leistungen am Hut hat. Es gibt mehr Innovationen, es gibt mehr neue Produkte, es gibt mehr billigere Produkte, das ist die Basis von Wachstum. Das heißt also, größere Märkte machen mehr Wachstum. Mehr Wachstum heißt mehr Wohlstand. Also so kommt man von den größeren Märkten, von Freien zu mehr Wohlstand. Ganz genau, direkt, geradeaus durch. Dass das nicht immer stimmt, dass das eigentlich fast nie stimmt, dass das an einer bestimmten Grenze überhaupt nicht mehr stimmt, dass das schnell auch in sein Gegenteil umschlägt. Diese ganze Problematik, die passt eben nicht in der Bildzeitungsvorschrift. Und trotzdem ist es sehr deutlich geworden seit dem Jahr, vielleicht 2000, wo auch so diese Wegemarke kam, dieses Buch, die Schatten der Globalisierung von Joseph Stevens, der auch den Nobelpreis nicht bekommen hat, also wo aus der Ökonomie herauskam, ja, das ist nicht der Freihandel, das ist nicht das Geld vom Ei. Das mag zum Beispiel, wenn Protektionismus über allem herrscht, für eine gewisse Zeit ein gutes Modell sein, aber irgendwann muss man wieder das Nachdenken anfangen und auch darüber nachdenken, ob denn diese durch diesen Freihandelsprozess ausgelöste, immer größere Ungleichheit oder durch diese Umweltbelastung, die durch den Handel selbst hervorgerufen werden, ob man sich da nicht dann auch mal wieder, ja, was anderes, was vielleicht zukunftsgemäßeres, überlegen sollte. Auf was ich da jetzt rausgekommen habe, vor allem, dass wir ja in der Zwischenzeit überhaupt nicht mehr in so einer Industriegesellschaft leben, sondern in einer Dienstleistungsgesellschaft. Da geht es eben nicht nur um Gesenken von Zöllen oder von Intigenten, sondern um das Anerkennung von Standards, von Zugassungsverfahren, Investitionsschutz. Das sind nicht mehr die üblichen Themen und schon gar nicht mehr die Themen, die auf Bretton Woods nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelt wurden. Also wir leben jetzt in einer anderen Zeit und deswegen ist der Charakter dieser Verträge, der Freihandelsverträge, auch ein völlig anderer und viel gefährlicher. Aber was dahinter an sich abspielt, ist das immer gleiche Bild. Freihandelsverträge führen zu mehr Konkurrenz und mehr Standortwettbewerb und das Ganze führt zu diesen üblichen Indirektzwängen, die jeden von uns irgendwie belasten. Mehr Konkurrenz um Löhne, Urlaubstage, staatliche Rekulierungen, Zuschüsse, Zulassungsplätze. Und Investitionsschutz-Wettbewerb. Also Standortwettbewerb heißt für jeden von uns irgendwo irgendeinen Druck. In meinem politischen Leben, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre alt, da ist es eigentlich von vornherein immer so gewesen, dass uns gesagt wird, ja, aufgrund dieses Kostenwettbewerbs können wir uns doch das und jenes sowieso nicht leisten. Und das ist eigentlich eine Bankrauterklärung der Demokratie. Es geht nur noch um Kosteneffizienz der Standortwettbewerbung, eng in die Gestaltungsmöglichkeiten demokratischer Regierungen ein. Das wird natürlich auch strategisch verwendet. Wenn ein Politiker auf etwas keine Lust hat, dann heißt es, ja, das ist der Standortwettbewerb, das können wir uns nicht leisten, das macht uns etwas zu teuer. Manchmal stimmt es auch möglich, die Unternehmen umgehen, sehr häufig wird aber dieses Drohmpotenzial einfach nur ausgereizt, ohne dass so etwas dahinter steht. Also, jedenfalls steht man als Demokrat und wir relativ verlassen in diesem Weltwirtschaftssystem und denkt sich, alles ist doch eine schöne Methode, die Demokratie nachzuschaffen. Wir bemerken es nicht mal richtig. So, da vielleicht eine Qualität dazu. Ich behaupte jetzt einfach mal, sämtliche Weltklimakonferenzen genau daran scheitert sind. Nämlich, dass kein Staat der Weltklimakonferenz bereit ist, seine Industrie auch nur um einen Cent mehr zu belasten, als die anderen Staaten zu belasten, ihre Industrie mehr zu belasten. Aber es könnte ja irgendwo Standortwettbewerb zu verlieren, die reichen. Und deswegen scheitert eine Klimakonferenz nach der anderen, um im Bild zu bleiben, vielleicht haben wir grauen den Planeten um und haben uns eine Wirtschafts- weil wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, diesem Treiben um die Einhalt zu bieten. Das heißt also, möglichst effizient zerstören wir den Planeten. Ökonomisch effizient. Es rechnet sich. Und mehr Wachstum heißt jetzt dann, als ich lange um welche Strafe dazu zu bauen. Das ist ganz hier in der Nähe. Das ist nicht in Shanghai. Kennt das jemand? Das ist in Augsburg. Ja? Das können sogar die Augsburg. Also bin mir sicher, dass wir sowas in München auch irgendwo finden. Bitte. Und mehr Wachstum heißt jetzt nicht, dass wir da hergehen und diese ganzen Straßen unterirdisch verlegt. Es geht nur um den kurzen Wachstum zu. Mehr Wachstum heißt, dass da mehr Straßen gebaut werden müssen, die dann auch von weiteren und mehr Autos befahren werden müssen. Und auch da sollte man dann wieder mal kurz überlegen, ist das denn irgendwie so eine sinnvolle Strategie? Mehr Wachstum. Und hier müsste doch eigentlich jedem da werden, das ist schon... Muss man da jetzt ja auf der anderen Seite oder PS machen? Oder muss man den aufblasen? Das ist bestimmt gut. Vor allem ist ja das hier, das ist ja immer nur die Vorderseite. Die Rückseite, die schaut so aus, dass man dann in irgendwelchen Gebirge tausend Jahre zu einem Brückerland baut. Auf der anderen Seite, Wachstumsprozesse führen auch immer zu Schumpfungsprozessen. Da oben ist der Rest vom Regenwald und da wird dann halt Soja-Plattage angerichtet oder Energiepflanzen angebaut. Also irgendwo gibt es Schattenseiten und irgendwie werden sie uns auf die Füße fallen, wenn wir diesen Treiben nicht irgendwie einhalten lieben. Und deswegen muss das Ziel jeder zukunftsorientierten Handelspolitik sein, dass wir Gleichgewichte ermöglichen. Es darf nicht immer dieses Weiterlaufen, sogar dieses Zwang immer weiter zu laufen geben, sondern wir müssen schauen, wie auch von diesem Koks runterkommen. Also Ziel muss es sein, das Ganze an den Belastungsgrenzen der Natur auszurichten. Und was auch gern vernachlässigt wird, es muss denjenigen nutzen, die am meisten benachteiligt werden, denen dieses ganze System bisher überhaupt nichts gebracht hat. Globalisierung wird den Menschen ja verkauft, und dass man die Leute aus der Armut herausbringt. Wenn dann Millennium Development Goals definiert, dass also quasi die Zahl der Hungernden palpiert wird, gleichzeitig machen UNO-Organisationen neue Statistiken zur Hunger, um quasi die Zahl der Hungernden Menschen zu erfassen und zu berechnen. Und die schaffen es dann zum Beispiel, solche Regelungen einzuführen, wie aufgenommen wird nur, wer mindestens schon ein Jahr hungert. Mit solchen Kriegs schaffen wir es dann, die Zunahme des Hungers im Jahr 2008, der Nahrung zu den Spekulationen, der steigenden Erdbezügepreise, und der Nahrungskrise, diesen Hungerzacken einfach wegzudefinieren. Und was ist das für ein Wirtschaftssystem, das also Überschüsse produziert, das ja immer mehr Ligianäre produziert, aber es nicht auf die Reihe klickt, Menschen zumindest auskömmlich Nahrung zu bieten. Also offensichtlich ist das Wirtschaftssystem von vorn bis hin ungeeignet, um die menschlichen und vor allem die dürftigsten vernünftigen Prozesse zu entfachen, um dieses Ganze auch nachhaltig zu gestalten. Also wir brauchen eine Reduktion der Emissionen und des Verbrauchs, wir brauchen eine Reduktion von Ungleichheit, um das jetzige System plus die gegenwärtig verhandelnden Verträge behirken genau das Gegenteil. Wir sind immer noch in diesem alten Denken drin, es ist weiter so wie bisher, aber noch viel besser, zielter, größer, toller, marktgerechter, wir machen eine auch marktgerechte Demokratie. Und das ist so, ich denke mal, diese Antität-Bewegung, die jetzt gerade auch im Entstehen ist, das ist wirklich ein Riesenpolitisierungsprozess, der da durch Deutschland und durch jetzt schon ein paar andere Länder aufschreibt, der hat sehr viele Anknüpfungspunkte in Richtung Wachstumskritik. Und ich glaube, das kann ich so ein bisschen darstellen, dass wir mit diesem Wachstumspfad, so wie wir Wachstum heute verstehen, eigentlich nichts mehr zu gewinnen haben. Und dass man mit TTIP, CETA und TISA nichts gewinnt, das kann man natürlich auch aus den Verträgen selber herauslesen. TTIP, CETA und weitere D-D-Bewegungsabkommen, mehr Standortwerte, das ist ja auch gewünscht an diesen Verträgen. Das heißt, mehr Kostenunterricht, die Gestaltungsmöglichkeiten schlupfen weiter, das Ganze führt zu noch mehr Demokratieabbau. Und das will ich nicht. Okay. Also, wir stochen nicht mehr im Nebel, wir schauen uns Beispiele aus CETA an, Marktöffnung für Fleisch- und Hormonmast, das wird festgeschrieben, die Kontingente zum Beispiel bei Schweinefleisch-Importen aus Kanafra hat 25.000 Tonnen Schweinefleisch-Import, die Rinder-Kontingente dann sogar von 20-fach. Die Bedingung war eben, damit die Kanadier das auch irgendwie positiv werden und es auch dann eben in diesen Kuhhandelsverhandlungen etwas geben, war, dass wir ihnen Riesen-Kontingente geben. Sie haben auch einfach argumentiert, sonst rentiert sich das für kanadische Bauern nicht, hormonfreie Produktionslinien aufzubauen. Also, das ist genauso, der Standard ist genauso wie in den USA, da kommt halt einfach Hormonfleisch hergestellt, aber zu nicht auf nur hormonfreies Fleisch, aber mir stellt sich schon irgendwie die Frage, haben wir nicht zu wenig Rind und Schweinefleisch? Dann müssen wir das jetzt auch noch über den Atlantik transportieren. Ein seltener Genta-Ökonom hat mal gesagt, was die Holländer exportieren Käse in die USA, und die Amerikaner exportieren Käse nach Holland. Darum tauschen sie einfach die Rezepte aus. Also für eine Nicht-Ökonome ist das wahrscheinlich eine durchaus berechtigte Frage, wenn du einen Ökonom hast. Wahrscheinlich gar nicht denken. Man könnte es auch anders lösen. Wir lösen es dann so, dass wir unsere Landwirtschaft eben in direkte Konkurrenz setzen mit der Landwirtschaft in den USA und Kanada. Das ist so diese Feed-Globs-Haltung, also die haben wesentlich andere Stimmungen, die eben dazu führen, dass man Rindfleisch auch mal deutlich billiger herstellen kann als bei uns. Ungefähr 100 Kilo Schlachtkörpergewicht erbringen einem Farmer in den USA für 220 Dollar und bei uns ungefähr 350 Euro. Und das ist ein kleiner Unterschied, da braucht man entweder eine Zollgrenze, eine Kontingentgrenze, zur Zeit des Zweites, oder wenn wir diese Landwirtschaft hier reinlassen, dann machen wir hier einen Wachstumsprozess. Wir beschleunigen die Stärken der Höfen. In den letzten zehn Jahren waren ungefähr 80 Prozent, als an der Schweinezüchter aufgegeben, und die 20 Prozent, die übrig geblieben sind, die produzieren jetzt wahrscheinlich doppelt so viel. Also ich weiß den genauen Zubachs nicht, aber wesentlich mehr. Dann Herr Feed-Globs-Haltung, jetzt schätzen Sie mal, wie viele Kühe, wie viele Linder stehen in den größten Feed-Lots in den USA auf einem Platz? 120.000. Das ist eine Aktiengesellschaft, wir haben mehrere von diesen Feed-Lots, betreiben Sie, insgesamt haben Sie ungefähr 920.000 verhindert. Das ist ungefähr ein Fünftel des deutschen Bestandes. Das ist eine Aktiengesellschaft in den USA. Also das hat mit einer bäuerlichen Landwirtschaft nichts zu tun und mit einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft, wo man meines Erachtens eigentlich sollte eine nachhaltige, kleinbäuerliche Landwirtschaft. Das ist, glaube ich, ein anderer Planeten. Aber wir holen auf. Also es ist nicht so, dass es bei uns die Kühe deutlich besser wäre. Es ist nur noch deutlich anders. Regulierungen sind noch anders. Es ist so, dass mit der Gülle irgendwie vernünftiger umgegangen werden muss. Es ist, ja, hier Aufzug ist noch ein bisschen geschützt. Es gibt so etwas wie Prozesshygiene, dass man eben über den Herstellungsprozess keine Zahlen geringen hält und in den USA sieht man halt Tiere durch den Glor-Dioxid-Baden. Aber wenn wir eben diese Prozesse so weitertragen, dann wird es da nicht mehr nach Unterschiede geben. Und das ist für den intelligentesten Tier, wie ich sage, auf diesem Planeten, sein Herdentier. Das darf nicht mal umfallen. Also wenn wir diese Standards hinschreiben lassen wollen, dann gute Nacht. Okay, und dann wird uns ja immer das mit der Freiheit für Glor-Häckchen und Hormonschweigen in Ordnung. Natürlich wird es nicht in den Verträgen drin stehen, dass diese Desinfektionsmethoden in Europa jetzt zugelassen werden, weil dann würde es ja keine Europaparlamentale unterschreiben. Aber wenn im Hintergrund irgendwo Kontingente und Zölle verändert werden, dann wird es dazu führen, dass die Preisschlacht heftiger wird. Und da werden die europäischen Bauern verlieren. Und dann werden sie ihre Verbandspräsidenten zur Politik schicken. Und diese Politik wird dann zum Internet sagen, ja okay, dann müssen wir eine andere Hygieneschraube drehen, weil das ist eine sehr große Preisschraube. Und dann haben wir halt eben Nordioxidbäder in fünf Jahren, oder in zehn Jahren. Das kommt dann halt ein bisschen später. Der Standortwettbewerb macht es möglich. Okay, da brauchen wir jetzt überhaupt keine Standards abzusenken. Da muss man nur irgendwo ein kleines Wörtchen in einem Freihandelsvertrag ein bisschen verändern. Und da gibt es super Anstieg, jedenfalls ein größer wäre so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn es zu TTIP kommt. Okay, öffentliche Vergabe, das ist dann der nächste Punkt. Da gibt es plötzlich etwas in diesen Handelsverträgen, in CETA das erste Mal, ein Verbot von Offsets. Das ist jede Bedingung oder Vereinbarung die lokale Entwicklungen oder Vorträge gefördert. Was bedeutet das bitte für eine Region? Eine Region hat ja jetzt schon gemensscht Probleme, die lokalen Aufträge zu vergeben an lokale Unternehmen. Und das Ganze wird jetzt nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Das heißt also, für den Fall, dass irgendwann auf diesem Planeten, in der Zwischenzeit kann man ja so reden, dass da irgendwelche Bevölkerungsgruppen sagen, wir müssen eine regionalen Förderung machen. Wir möchten regionale Unternehmen bevorzugen. Wir wollen regionale Vortprodukte kaufen, wir Produkte kaufen. Wir wollen nicht dort nähen lassen, sondern wir schauen, dass wir uns genäht. Wir wollen die Schule, die Stücke, mit Bänken und Tischen aus dem Gemeindeeigen Wald, mit dem Stadtteigen Wald, kostet es doppelt. Aber die Kaufkraft bleibt hier. Die Leute müssen nicht ins Arbeitsamt. Könnte aber sein, dass irgendwelche Leute auf so eine Idee kommen. Dann dürfen sie das aber nicht mehr. Das war eigentlich ziemlich blöd. Also, sollten wir versuchen, das zu verhindern. Und das ist ja immer so eine Salami-Taktik. Zunächst mal, wenn CETA und TTIP unterschrieben ist, dann passiert überhaupt nichts, weil man sich ja erstmal an die neuen juristischen Möglichkeiten, an die rechtlichen Möglichkeiten gewöhnen. Und dann kommen die ersten Anwaltskanzleien drauf und die ersten Unternehmer drauf und dann gibt es so schleichende Prozesse und wir werden überhaupt nicht mehr merken, was auf welche Gesetzesänderungen zu führen ist. Man gewöhnt sich an seine Umwelt. Das heißt, Shifting Baseline. Ich war nicht hier in der Referenzrang. Früher konnte man die Fische direkt vom Ufer aus mit Kescher fischen und in der Zwischenzeit müssen die Somalier bis hinaus Kilometer weit ins Meer und dann fischen sie halt Tanker. Weil die Fische wurden halt von irgendwelchen Industrienschiffen gefahren. Okay. Das war, ich glaube ich, Nachhaltigkeit, Entwicklung, Arbeitsstandards, Herzlase, Buhsau. Also natürlich gibt es diese Kapitel auch im Zehntervertragswerk, aber immer wenn es dann an konkrete Mechanismen ginge, wie jetzt Umweltstandards irgendwo durchgesetzt werden könnten, werden halt Kommissionen gebildet oder Meditationen durchgeführt oder sonst irgendwas, aber nie irgendwas, was richtig Geld kosten könnte. Was ein Unternehmen oder auch einem Staat dazu verleiten könnte, bestimmte Schutzstandards zu erhöhen. Diese Richtung ist nicht vorgesehen. Es ist immer nur die einseitige Sache des Investitionsschutzes vorgesehen. Dann ja, Negativwissen, Ausnahme mit Denzel und Regen. Also wir können nicht mehr einfach bestimmte Dinge, die wir liberalisieren wollen, in ein Vertragswerk hineinschreiben, sondern wir müssen ausschließen, was wir nicht liberalisieren wollen. Und es dreht das Denken komplett um. Es gibt dann tatsächlich Politiker, die behaupten, es ist doch kein Unterschied. Die Schutzmöglichkeiten, die sie genauso erhalten wie sonst auch. Und dahin läuft jetzt zum Beispiel der Deutsche Kulturrat schlimm. Weil was in 20 Jahren von uns als kulturell bezeichnet wird, als kulturell wertvoll, und wir öffentlich schützen oder fördern wollen, ja, woher sollen wir denn das jetzt schon wissen, vor allem, wenn man sieht, wie schnell sich im Internet irgendwas entwickeln. Es ist nicht jetzt das schützbar, was vielleicht in 20 Jahren von uns geschützt werden können sollte. Und wenn wir das unterschrieben haben, dann sagen wir, okay, Kultur soll sich eben marktkonform entwickeln. Und auch so. Also das ist ein anderes Denken. Da ist Stensten und Ratchel, ich habe nur zwei Beispiele, die öffentliche Dienstleistung, genau dasselbe im Kulturbereich die Ausnahme ist, die muss unvollständig sein, weil zukünftig es fehlt. Aber es ist auch die Gegenwart unvollständig. Energiedienstleistungen sind nicht ausgenommen. Volkshochschule. Das sind keine Monopole, also sind sie nicht ausgenommen. Eine Volkshochschule, die irgendwelche Internetkurse anbietet und dafür Subventionen kriegt, die kann unter Umständen später verklagt werden, weil irgendein Bildungsdienstleister, der irgendwie im Teil des Sitzes eines US-Konzerts ist, eben sagen kann, ja Moment, wir sind in dieser Stadt auch aktiv von unseren IT-Kurse, die müssen wir selber finanzieren und deswegen müssen wir viel teurer sein als der öffentliche Anbieter. Okay, dann rekommunalisieren ist unmöglich. Das nächste, wenn man eben sowas wie ein Standstill hat, da darf hinter einen bestimmten, einen Grad an Vertragskonformität werden. Das heißt, man hat jetzt eine bestimmte Struktur, da hat man bestimmte öffentliche Dienstleistungen, teile öffentliche und private Dienstleistungen und man kann durch die Stamstick-Klausel nichts sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland eben die Beteiligung privater Wasserunternehmen erlauben, dass man dann sagt, okay, das wollen wir verändern. Wir wollen, dass so etwas nicht mehr möglich ist. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel 20 Jahre mal eine Partei gewählt wird, die sagt, öffentliche Wasserdienstleistungen müssen immer in öffentlicher Hand sein. Also auch das ist wieder so ein Problem. Das Problem kann viel weitergehen, es kann eben schon sein, dass auch wenn eine Gude nur eine Lizenz nicht mehr verlängern möchte und diese eben in irgendeiner Form einfach sich selbst wieder übergibt, dass sie schon dann verklagt werden kann, zumindest mit Klagen gedroht wird und deswegen die Kommune erst gar nicht versucht, wieder eine öffentliche Dienstleistung, die sie mal privatisiert hat, wieder in eigene Hand zu lösen. Das wird wahrscheinlich nicht verunmöglicht werden, aber es wird wieder ein bisschen erschwert werden. Joint Management Committee, also da haben wir das mit diesem Regulierungsrat, es kann nicht passieren, dass wir auch bei TTIP jetzt da eine relativ leere Hülle unterschreiben, in der nicht viel drin steht, aber in der ein paar Gremien geschaffen werden, die dafür zu sorgen haben, dass sich die Regulierung, die Regulierung zwischen den USA und Europa bei neuen Gesetzen, nach Gesetzesänderungen annäht. Jetzt machen wir eine Momentaufnahme und irgendwann wird zum Beispiel meine Pestizid-Zulassungsvorschrift geändert werden von der EU-Position. Dann könnte es sein, dass diese Pestizid-Verordnung eben erst an bestimmte Handelsexperten übergeben wird und dann an ein Technokraten-Gremium und dort wird dann geguckt, ob das denn jetzt näher an der US-amerikanischen Praxis ist. Wenn Sie das wissen, dann darf es so einen Versatz geben und sonst nicht. Also das heißt, eben Regulierung deklaratorische Kooperation und der ehemalige Handelsminister die Güft, der war aber ganz besonders stolz darauf, dieses Freiheitsabkommen als ein Living Agreement, ein lebendes Abkommen zu bezeichnen, das als für richtig losläuft, wenn es dann mal unterschrieben ist. Also das ist meines Erachtens auch der zentrale Fall, Demokratiefall, die von diesem Handelsabkommen ausgehen. Okay, Tätik ist auch kein Stochern im Nebel, Wachstumsversprechen, das ging ja jetzt sehr viel durch die Presse, aber ich bin Physiker und deswegen mache ich das eigentlich immer sehr gern, diese Folie, weil diese Zahl in Spielereien, die da durch die Presse barberten, die waren einfach belustigend und ich sage mal so, wenn es nicht so traurig wäre, der ist belustigend. Also wir kriegen 545 Euro pro 4 Personen im Haushalt im Jahr mehr, über 14 Jahre verteilt sind das 1,5 Promille pro Jahr, da hat es also jede Wechselkursänderung einen größeren Einfluss und pro über 20-30% Euro und auch. Also diese Zahlen sind so niedrig und diese Studien sind hochoffiziell, das ist ja jetzt eine Studie von Gegnern, man könnte ja unterstellen, Zettbrill wären die Tätige Gegner, die versuchen die Effekte niedrig zu rechnen, aber es ist ja genau eine Studie, Zettbrill ist eine Forschungsinstitution, die wurde beauftragt von der EU-Kommission, irgendwie die Effekte von TTIP herzurechnen und dann kommt sowas raus. Also eigentlich kann uns ja nichts Besseres passieren, was macht ein Journalist, der nimmt sich die groß aussehende die groß aussehende 545 Euro im Schatten überall hin und dann hat man eine bestimmte Art von Meinung gemacht. Besser waren die noch die IFO-Fug USA 70.000 Arbeitsplätze in Deutschland, 25.000 Arbeitsplätze, Ferdinand Meyers der Autor, ein paar Monate später glaube ich, kommt die Bertelsmann-Studie, die kommen dann mit 1,5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland wieder 80.000 und dann kriegt man ja eigentlich große Augen. Also es sind quasi zwei Studienwände herausgegeben und die Ergebnisse weichen um den Faktor 15 ab. Also mal vorstellen, wenn das Klimamodellierer machen würden, die also quasi das Wetter in 30 Jahren prognostizieren würden, wenn die also sowas machen würden. Ich glaube, dann wären sie irgendwo auf Steinzeiten mit ihrem Computermodell. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier bei diesen Modellen ja irgendwie ein bisschen getrist wurde, um da vielleicht auch einen größeren Effekt hinzukriegen. Jedenfalls, das kann nicht irgendwie stabil sein, so eine Aussage. Das ist klar, das eine Ergebnis, da muss man irgendwie eine Fehlertoleranz angeben, plus minus etwas, muss irgendwie das andere Ergebnis wieder schicken. Ich halte mich so. Ganz wichtig ist natürlich noch, dass der Autor dasselbe ist. Ja. Ich habe ja auch dem Herrn Felbermeier bei einer Veranstaltung mal dieses Bild gesagt, also ein Physiker zum Beispiel, der macht ja immer so fortgeschrittenen Praktikas und dann hat er so ein blau-warmes Glas Wasser und hält er den Thermometer rein und dann ist das so 38,1 Grad, dann nimmt er der Digitalthermometer und hält es so 10 Sekunden später in das Wasser rein, also 81,5 Grad, das macht dann der Student, Physiker, der zerlegt sofort das Digitalthermometer da. Und was macht der Volkskund, der Wissenschaftler hier? Schaut mir veröffentlicht. Ja. Hat ja Herr Felbermeier zu mir gesagt, also dürfen Sie jetzt doch nicht argumentieren, das ist ja wie wenn man zwei verschiedene Gläser Wasser hat. Das fand ich schon sehr komisch, das simuliert ja einen Arbeitsmarkt und zwar auf dem Planeten und zwar zu einem bestimmten Zeitraum, auch zu selben Zeitraum, einmal mit dem Modell A und einmal mit dem Modell B selber Planeten, selbe Zeit, selber Arbeiter, alles gleich, und kommt einmal auf das und einmal auf das. Also für mich ist das in einem Wort zusammengefasst, was da getrieben wird, einfach unredlich. Das ist Meinungsmache hoch 18. Und genau, deswegen gehe ich jetzt da auch drüber hinweg, nicht um nochmal auf diese Zahlen hier einzugehen, die Info-Studie, 103.000 Arbeitsplätze in den USA, also hier sind es 69.000 da oben, das ist so das realistische Szenario in dieser Info-Studie. Sie haben auch ein Szenario durchgerechnet, wo Sie sagen, was wäre denn, wenn die USA Teil des europäischen Binnenmarktes würde, also wenn sie wirklich Teil von Europa würden, also um alle Unterschiede eingeebenet würden, dann gäbe es 103.000 Arbeitsplätze in den USA zusätzlich. Was sind es bei 143 Millionen Erwerbstätigen auf 10 Jahre gerechneten in den USA zusätzlichen Arbeitsplätzen? Können Sie das kurz abschätzen? Also ganz sicher, das kann man abschätzen, 0,0 0,0 sind die Promille. Also nichts. Wenn man so sieht, wie der Arbeitsplatz in den USA schwankt, ist das weniger als nichts. Also weniger als das übliche Rauschen und damit, wenn man sich das anschaut, damit kann man keine Menschen wie TTIP verkaufen. Genau, aber ganz wichtig ist noch, wenn da rauskommt, dass TTIP keine zusätzlichen Arbeitsplätze, kein zusätzliches Wachstum bringt, dann kann das auch nichts im Mittelstand bringen. Das geht nicht. Außer die Konzerne schrumpfen. Also wenn unter dem Strich nichts rauskommt, dann kann man nicht sagen, dass es dann das Mekka für den Mittelstand. Weil da müsste der sein über die große Industrie was Negatives stehen. Wer das glaubt, der glaubt auch den Weihnachtsmann. Also das geht nicht. Okay, TTIP ist kein Stoffer dem Nebel. Also der Standortwettbedarf wird weiter aufgeblasen. Das ist in der Sache, wenn man merkt, die vergrößert haben wir mehr Standortwettbedarf. Die ökologischen Folgen des Handelns. Ich habe mir mal das zu 26.000 geschrieben, also einer dieser großen Frachter, der haut so viel CO2 raus, wie eine Stadt mit 26.000 Einwohner. Zurzeit haben wir ungefähr 55.000 große Schiffe, die auf dem Weltmeer rumfahren. Und jetzt wird hier prognostiziert, dass zwischen USA und Europa sich der Handel verdoppelt. Also noch mehr Autos rüber, noch mehr Autos zurück. Also einfach noch mehr. Zwischen China und dem Rest der Welt haben wir auch eine Verdoppelung und Indien auch und den anderen aufstrebenden BRICS-Staaten noch. Das heißt aus Europa haben wir nicht 55.000 sondern 110.000 große Schiffe auf dem Weltmeer haben wir nur 22.000 und so weiter. Ich will es nicht. Dann Landwirtschaft. GVO-Kennzeichnung für Barcode. Das war eine der ganz großen Chancen, wie also ein Abgeordneter aus den USA zurückkam und eben so US-Verhandlungspapiere und die US-Lobbys kennengelernt und gesagt hat, es gibt ein Angebot von den Amerikanern, wie sie eben mit unserer Gen-Kennzeichnungspflicht zufrieden wären. Nämlich wenn wir sagen, wenn wir das Kodieren in den Barcode oder den QR-Code hinein, das heißt, wenn Sie mit dem Smartphone durch den Supermarkt gehen und was genetechnikfreies kaufen wollen, müssen Sie das ja nur alles scannen. Also geht's doch. Also das ist das, laufen die Verhandlungen lang und wenn Politiker natürlich mit solchen Meldungen aus den USA auf einer Reise zurückkommen, dann kann man sich eigentlich nicht mehr beschwichtigen lassen, wenn man das so sieht, wie Politiker allesamt um die Sonne sagen, ja, kocht mal nicht so, wir sind doch auch nicht blöd, wir sehen eure Probleme alle, aber wir sehen eben auch, was Lobby ist worden, wir sind eben auch nicht ganz blöd. BISDS, da sieht man eben auch diese Konzernklagerechte, da gab es ja während der Europawahl, also diesen Beschwichtigungsversuch, das die EU-Kommission gesagt hat, wir dürfen uns jetzt alle im Internet an Demokratie beteiligen und mal der EU-Kommission Verbesserungsvorschläge für die Konzernklagerechte also diktieren. Und das haben ja dann ja auch gemacht, wie viele waren es so, 200.000 oder so haben wir dann damit gemacht, 150.000 und die haben dann alle, also 97% davon haben bestimmt, dass sie also die Konzernklagerechte nicht nur nicht verbessern wollen, sondern die wollen die EU-Kommission überhaupt nicht haben. Das ist der EU-Kommission vollkommen Wurst. Also die EU-Kommission definiert eine bestimmte Art von Mitmachdemokratie. Sie fordert uns auf, vorhin zu machen. Dann machen wir mit. Und das ist denen Wurst. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also was können wir damit anfangen mit der EU-Kommission, wenn die da so mit uns reden will? Nichts. Weder brauchen wir mit der EU-Kommission reden, noch können wir auf sie hören. Sondern wir können einfach nur Basisarbeit machen, dass unsere Politiker dem nicht zustimmen. Die EU-Kommission ist seit diesem Fall einfach draußen. Jede Publikation hat alles vergessen und dann hat falsch genommen. Es ist schön, wenn Sie ein paar Verhandlungsdokumente ins Netz stellen, aber ansonsten ist es wesentlich wichtiger, dass gute Bekannte uns internen Argumente zuspielen. Und Gott sei Dank gibt es in der Zwischenzeit sogar Teilnehmer an den Verhandlungen, die diese Verhandlungen einfach nicht mehr gut finden. Ja, ist das okay. Schießgerichte für alles Mögliche, das mit diesen, ich vorhin schon erzählte, diesen Hinterzimmer- Entscheidungen. Es ist so wie eine Art von Veränderung der Demokratie, die, man hat das alles abgeschafft oder klein gehalten aus guten Gründen und plötzlich geht man immer mehr in den Hinterzimmer. Was ist denn die Ursache der Geheimdiskrimerei? Im Prinzip doch, dass immer dann, wenn zu viel ans Licht kam von dem, was unsere Gestaltungsmöglichkeiten so wollen, dass es dann geklappt ist. Wir haben angefangen 1997 mit dem MAI, das Multilateral-Abkommen über Investitionssicherung. Es kam raus, dass Hollywood im Prinzip die französische Kulturindustrie schnuppen können dürfen muss. Die Franzosen sagte, machen wir nicht mit. Und damit ist das ganze Verfahren und das ganze Prozess gekippt. Dann haben wir zum Beispiel die Bollgesteinrichtlinie. Das ist komplett verbessert worden durch Bürgerarrangement. Da haben wir zuletzt Akta 2012 Fedua. Bestimmt haben einige hier im Saal auch mitgefroren, weil die große Demonstrationen von Polen ausgehen begrenzt. Und dann hat sich das einfach dagegen entschieden. Ich habe gesagt, das machen wir nicht mit. Und da war Akta tot. Und genau dasselbe ist, hoffe ich, natürlich auch für DIT. Über öffentliche Dienste wird verhandelt. Das weiß in letzter Zeit auch wieder. Das steht nun mal so im Mandat drin. Über öffentliche Dienste wird genau da nicht verhandelt, wenn sie ausschließlich aus gewisser Gewalt getätigt werden. Und genügend Sachen sind privatisiert, teilen privatisiert. Und deswegen ist es nun mal verhandlungsmassen. Die Ausnahmen sind auch grob unterschiedlich. Also im CETA ist Wasser auf vielen Ebenen ausgenommen, aber bereits die Abwasserentsorgung, die Müllversorgung, Stadtwerbe, also die Energiedienstleister, die kommunalen, die sind dann unter irgendwelchen Umständen noch nicht mehr ausgenommen. Dann Vorsorgeprinzip Versus SoundScience. Ich hoffe, ich rede nicht schon zu lang. Bisschen langsamer. Okay. SoundScience in den USA gibt es gerade im Bereich der Chemikalien die Herangehensweise, dass alles erlaubt ist, was nicht schädlich ist. Und den Schaden hat die öffentliche Hand nachzuweisen. Und diese Behörde der EFSA, die hat zuletzt ein Dichlor, die man als schädlich gebrannt mag. Das war der erste Chemikalie seit 28 Jahren, die für schädlich gebrannt war, wurde vor 28 Jahren das Asbest. Haben sie gesagt, das ist schädlich. Das Problem war, dass sie daraufhin von der Asbestindustrie verklagt worden sind und somit gibt es dort immer noch sehr viele Baumaterialien, die asbesthaltig sind. Weil so eben die EPA, die Umweltschutzbehörde, die muss halt eben auch nachweisen, dass dann, wenn eine Chemikalie in den USA verboten wird, das Verbot billiger ist als das Nichtverbot, und das ist ziemlich schwierig, das ist der Wert eines Lebens, also und so weiter. Jedenfalls ist dieses, dass etwas absolut wissenschaftlich bewiesen sein muss, wenn ein Unternehmer damit etwas nicht mehr tun darf, eine vollkommen andere Philosophie als in Europa, wo es zum Beispiel REACH gibt, diese Chemikalienrichtlinie, wo inzwischen ein Riesenstock an Chemikalien bewertet ist, auf die Angiftigkeit von dem natürlich auch die US-Unternehmer riesige Vorteile haben, von diesem riesen Datenstand, und dieses REACH, das lässt sich nicht irgendwie vereinheitlichen, also dieses Vorsorge, bevor etwas passiert ist, muss ein europäischer Unternehmer Chemikalien hier verwendet, klassifiziert, hier neu herstellt, bewertet, Risiko bewertet, und das lässt sich nicht vereinheitlichen, das lässt sich nicht gegenseitig anerkennen, sondern das sind zwei vollkommen verschiedene Systeme, wenn man dieses Vorsorgeprinzip wie wir es haben, weiter haben möchte, also zum Beispiel die EU-Kommission vorsorglich bis für 0, A aus diesem Baby-Saugnäpfen verband zum Beispiel, wo es im USA noch nicht möglich ist, weil die Datenlage damals, vielleicht vor fünf Jahren, nicht eindeutig gesichert war, der muss schauen, dass wir hier dieses europäische Vorsorge-System ja uns erhalten, eigentlich, es wird ja auch hier in Europa immer mehr beschossen, wir müssen es stärken, und können das jetzt nicht noch irgendwie lohndürftig festschreien lassen, sondern es muss verbessern werden, vor allem im Blick auf ökologische Nachhaltigkeit, das was wir jetzt an CO2 rausblasen, das wird in vielleicht 40, 50 Jahren klimawirksam, also das ist eine Herausforderung jetzt ist CO2 zu reduzieren, damit der Klimawandel in 40 Jahren reduziert wird, das heißt Vorsorgekrise, dieses Denken müssen wir verstärken und verbessern. Ja, dann Lobbyismus, das ist mal hier meine Sachen am allerschönsten, die Kampark hat bei der CE 560 Lobbykontakte im 1,5 Jahreszeitraum, davon waren 4% gemeinwohlorientiert, 92% bei der Privatwirtschaft, davon 113 Gespräche mit internationalen Lebensmittelkonzernen, Agrarherndern und Saatgutherstellern. Und dann wird gegen diese Übermacht unsere Lebensmittelstandards festschreiben und dann sollten wir vielleicht nicht doch darauf drängen, dass Tätik komplett stirbt. Okay, jetzt wäre zum Beispiel gleich ein kleiner Schlitt mal möglich, weil es auch das Ziel der Reise ist nicht ein von der Hase Sie Das ist ein völlig neues Phänomen, Konzerte starten von Klagen Quelle angefangen, obwohl das zwar schon vor vielen Jahrzehnten Industriestaaten und Entwicklungsländern, weil eben Konzerne aus Industriestaaten in Entwicklungsländern investiert haben, die Sicherheit in den Staaten eben dann nicht gleich immer ausfallen, Wirkschaft liefernehmen wollten, sondern eben den Entwicklungsländern legitiert haben, wenn sie unsere Investitionen wollen, dann unterschreibt die Investitionsschutzabkommen. Und damals war es nicht so, dass Deutschland und Ghana so oder so ein Abkommen unterzeichnet, dann können zu guter Letzt deutsche Konzerne, die in Ghana investiert haben und dort ungerecht behandelt werden, in Ghana verschlagen. Aber bitte, wie viele ghanaische Konzerne haben denn in Deutschland investiert und nicht sehr aus Deutschland verkauft? Deswegen haben wir für diesen ganzen Prozess nichts gemerkt, aber der Prozess, der hat sich eben in der Zwischenzeit auch in die Schwellenländer hinein gegraben und immer öfter passiert es dann auch, dass auch eben in Schwellen und Industriestaaten solche Klagen geschehen, fach in der Europäischen Union, jetzt ist glaube ich gerade Litauen dran, dann natürlich auch Deutschland, jetzt soll auch abfallen, das ist auch eine andere Schiene, das ist der Energie Charter Vertrag. Also es kommt langsam auch bei uns an, dass Staaten und wir zwischenzeitlich von Konzernen über ein privates Schiedsgerichtswesen haben, obwohl es schon länger gibt, trotzdem ist die neue Qualität, weil es ungefähr 50.000 amerikanische Unternehmen in Europa gibt, die dann eben auch davor noch zusätzlich profitieren können. Es gibt jetzt auch einige Freiheitsabkommen zwischen den USA und den europäischen Staaten und eben nicht zum Beispiel auch das Ganze mit Deutschland. Das hat natürlich in wechselseitigen Investitionen US-amerikanischer Konzerne in Europa und anderen schon überhaupt keinen Abflug getan. Das Ganze soll ja eigentlich nur noch gemacht werden, damit man so etwas auch weiter mit China haben darf. Es geht auch mit China an Investitionsschutzabkommen über diese ISDS auch drinstehen. Es wird gerade neu verhandelt und verbessert ist, EU-Chinesische Freihandelsabkommen und also es wird ein Vorwand genommen, dass in China die Rechtssicherheit viel schlechter ist und wir unbedingt sollen die ISDS in China brauchen. das wird als Vorwand genommen, damit wir so etwas jetzt mit den USA haben können. Also ich verstehe es aus einer ökonomischen Sichtweise, wenn man den Ultrakapitalismus haben möchte, bei dem demokratische Beflogenkeiten völlig wurscht sind, kann man das schon nachvollziehen. Aber wenn man jetzt mal andersherum guckt, was passiert eigentlich gerade so auf der Welt, wenn man sich überlegt, was mit TTIP machen, TTIP auch mit TPP, diesem Transpazifischen Partnership Agreement, das die USA ja mit Anreiterstaaten im Jenseits des Pazifischen Ozeans machen, also quasi das TTIP auf der anderen Welt heiligen. TTIP Da grenzen sie China aus, da grenzen sie die Briggs-Staaten aus, da versuchen sie, also genauso wie sie jetzt hier in Europa versuchen, weiterhin um die aufstrebenden Schwellenländer herum Wirtschaftszusammenhängen, Wirtschaftsräume zu etablieren, um Standards und ihre, sie nennen es wahrscheinlich Standards, um ihre Interessenssphären aufrecht zu erhalten. Also aber gegen China, das funktioniert nicht so richtig. Die Chinesen, die können eben auch schon was definieren. Die Chinesen lassen sich nicht über den Tisch ziehen, genauso wie ich die Brasilianer oder die Inter nicht gehe. Sondern die USA und Europa versuchen als Block irgendwie nochmal Standards zu setzen, Wege Marken zu setzen, Arten und Weisen ihr Wirtschaftsverständnis durchzusetzen. Und ich verstehe nicht so ganz, warum unsere Industrie sich das gefahren ist. Weil die USA ist eigentlich ziemlich abgegrast. Unsere Industrie ist natürlich die aufstimmenden Schwellenländer, das sind auch die Märkte für genauso unseren Mittelstand, wie unsere Industrie. Also warum fokussieren sich unsere Industrieunternehmen auf T-Tip? Weil dieser ganze Prozess mit T-Tip genauso auch wie T-Sar, weil T-Sar ist ja China genauso raus, dass genau die Verhandlungen, die jetzt geführt werden, jenseits der aufstimmenden Schwellenländer geführt werden. Die Vorstellung, dass diese Länder danach auf Knieren zu uns herangerutscht kommen und dort in Aufnahme flehen, die ist glaube ich ganz schön naiv. Sondern es könnte eher passieren, dass das uns einer neuen Blockkonfrontation ein bisschen näher das ist einfach mal eine These, die man diskutieren kann, aber dass diese Art und Weise, wie wir die Weltgeografie zur Zeit bearbeiten, irgendwie vernünftig wäre, das sehe ich überhaupt nicht. Und dass man eben jetzt mit China Freihandelsabkommen davon abhängig macht, wie man T-Tip ausgestaltet, ist völliger Plötzinn. Also wenn der Entwicklungsbehilfe leisten, um das juristische System Chinas transparenter oder durchgängiger zu machen. Also dass man sagt, wir brauchen jetzt Konzernklagerechte überall auf der Welt, weil China das juristische System nicht so doll funktioniert, ist irgendwie für den Fass. Okay, aber jetzt zurück zu den Cheats-Verfahren überhaupt. Das ist sowas wie Ultraglomalisierung. Das bevorzugt einen ausländischen Konzern gegenüber einem näheren Konzern. Das ist das Prinzip, nicht nur Unternehmen gleich behandelt werden. Ich finde das schon schlimm genug, weil es auch das gehören regionale Unternehmen bevorzugt. Schon allein aus europäischen Gründen. Also sie werden nicht mehr nur gleich behandelt. Ein Konzern, also BMW, kann jetzt im Gegensatz zu General Motors, den amerikanischen Staat vor Schiedsgewichten verklagen. Das ist eine ungleiche Behandlung von General Motors in den USA. Und es ist eigentlich so, dass es in den USA nicht auch so ein Aufschrei von General Motors tut, weil eben dieser Konzern benachteiligt wird. Und das setzt sich auch im Endeffekt da um in Kosten. Also das ist Hyperglobalisierung, das ist sowas mit Anti-Regionalismus. als nächstes ist ein zweites privates Rechtssystem, das da geschaffen wird. Braucht es nicht. Das erinnert eher an Kolonialzeiten, wo es dann auch mal drei parallele Rechtssysteme gab. Das ist folgend zu der Recht, das Recht des Besatzerstaates, des Besetztenstaates und derjenige, der wohlhabend genug war, der konnte sich aussuchen, vor welchen Gerichten er verklagt hat. Das hat aber aus guten Gründen alles abgeschlossen. Geheimnis Transparenz Schiedsverfahren, hochbezahlte Schiedsrichter entscheiden, das sind keine Beamten, sondern die mehreren ihr Einkommen durch günstige Urteilsstrüche. Also wenn ein solcher Schiedsrichter oder solche Anwälte es schaffen, Gelder für die Konzerne herauszuleihen, erhöht das die Klagefreudigkeit der Konzerne. Also es ist ein Anreizsystem, das ist völliger Schwachsinn, wenn man auf ein gerechtes juristisches System sich hin entwickeln möchte. Keinerlei Rechenschaftspflicht oder Rechenschaftspflichten. Schiedsstrüche werden im Allgemeinen nicht öffentlich gemacht, dann 58% aller bekannten Entscheidungen fallen teilweise im Sinne der Unternehmen aus, sonst werden es ja nicht so häufig geklangen, Anwälte wechseln die Seiten, Kosten sehr mittelstandsbezogen. Für den Mittelstand gibt es natürlich überhaupt bei solchen Kosten sehr schnell noch 30 Millionen vorstellen können. Da verdienen sich manche Menschen einfach eine goldene Nase. 15 Anwälte entscheiden 55% aller Schiedsbefahrer. Also so wie ein Klümmel, der das Know-how hat und der die Netzwerke hat, um auch Konzerne dazu zu bringen, zu klagen. Das ist eine Metallprivatisierung der Industrie und das Ganze ist ein Geschäftsmodell. Okay, also die meisten Fälle laufen über die CSID und das kann man auch nachlesen www.worldbank.org slash die CSID da findet man diese Gericht zu erteilen und kann auch lesen. Die sind meistens gar nicht so lang. Und die sind einfach ökonomische Denke, die Begründungen trinken den Allgemeinen Schlüssel. Aber das Problem ist eben, das sind keine normalen Gerichte. Also jeder Unternehmer kann in Deutschland den deutschen Staat verklagen, genauso wie auch der deutsche Staat jeden Unternehmer verklagen kann, vor normalen Gerichten. Also klar, wenn jemand enteigent wird, dann kann er klagen. Aber eben nicht vor irgendwelchen Schiedsgerichten. Die eigentlich besser als Schiedsstellen zu bezeichnen sind. Dann Kohlekraftwerk Moorburg und Ushima sind die bekanntesten Fällen. Da ist ein Fall gegen Deutschland klagt. Ich glaube, das wissen wir jetzt nicht. Hier auch noch besprechen. Philip Morris hat zwei Klagen laufen. Einmal gegen Uruguay, einmal gegen Australien. Das ist ganz klar. Australien und Uruguay machen da das Geschäftsmodell von Philip Morris kaputt. Indem sie halt auf den Zigarettenschachteln keine Markenlogos mehr zulassen und nur noch Raucherschäden abbilden. Es ist erwiesen, dass das Rauchen weniger attraktiv macht. Also machen die Konzerne weniger Gewinn. Es schadet den Konzernen. Das ist erwünscht. Es ist Gesundheitsschutz, vorsorglicher Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Soll das jetzt möglich sein oder nicht? Lone Pine die US-2 ist natürlich dieses Problem, dass da ein Bürger entscheid in einem Land in Kanada wo ein Fracking Moratorium gesprochen wurde. Lone Pine hatte da bereits Konzessionen um Fracking durchzuführen. Das ist ein kanadischer Konzern, der hatte aber in den USA eine Zweigwiederlassung, also konnte er über die Zweigwiederlassung gegen sein eigenes Land klagen. Das macht Nachthau möglich, jetzt heißt es natürlich im TTIP und CETA gewisse Verbesserungen auf Transparenz Verbesserungen drin, aber diese Transparenz Verbesserungen die stehen unter diesem Vorbehalt, dass da keine Geschäftsgeheimnisse drin sind, dass da eben Personal diskutiert werden und so. Das heißt auch da gibt es wieder die Möglichkeit diese ganzen Transparenz Verpflichtungen zurückzuschrauben. Also es fehlt noch einiges, bis eben selbst diese Windschiefen, also von vornherein abzunehmenden Schiedsstellen ja irgendwie auch tatsächlich transparent werden, öffentlich, so wie eben ein Gewichtsprozess in Deutschland öffentlich ist. Also täglich weitert die Klagemöglichkeit über viele Sektoren und für das amerikanische Konzern aus und das ist einfach was fundamental Neues, weil es sehr sehr viele Unternehmen sind und dann plötzlich klageberichtigt sind. In beide Richtungen. Und die Vernetzung ist nie so, dass es nur bis A Richtung Europa ist, überhaupt Europa Richtung BSA. Und das ist deswegen eine ganz wichtige Folie, wer ist da eigentlich gegen wen? Das hat alles nichts mit irgendwelchen Messer und Demonst zu tun zwischen verschiedenen Ländern und Kontinenten, sondern da geht es nur oben gegen unten. Und wenn irgendwelche Multimilliardäre in der Klasse geliehen, die meine Klasse hat gewonnen. Das war so ein großes Warren Wollfitt hat das so mit Fertz abgenommen. Und um nichts anderes geht es meines Erachtens bei diesem ganzen Projekt. Und es scheint mir aber so, dass es doch mehr langsam merken, dass für sie da auch nichts mehr raus kommt, sondern dass sie da eher weiter abspecken dürfen. In Deutschland sind die Löhne seit 20 Jahren realen Netto nicht mehr gestiegen. Und in den USA seit über 30 Jahren nicht. Also die US-Amerikaner sind überhaupt keine Befürworter von diesen Freihandelsabkommen, die sind nach einer ganz gehörigen Bevölkerung nicht, ganz gehörig auf die Nase gefallen. Da wurde erzählt, dass die illegale Einwanderung aus Mexiko aufhört. Sie hat sich noch verstärkt. Ihnen wurde gezählt, es gibt viele neue Jobs, die ganzen Setup-Jobs, diese Jobs von halbwegs gut ausgebildet US-Amerikaner, die halt mit Blaumantel in den Unternehmen gearbeitet haben, die haben ihre Jobs verloren, weil die in Wellen nach Mexiko verlagert worden sind. Diese ganzen Versprechen sind auch für die US-Amerikaner nicht aufgegangen und was es in Mexiko geliefert hat, das ist hier auch bekannt, also mit wesentlichen 100,5 Millionen sehr schnell arbeitslos gewordene Weißbauern im Süden Mexikos begleitet von Weichheit mit 1,5 Millionen in der Darmstmittel Industrie beschäftigten Leute, diese Leute sind dann in die USA illegal ausgewandert und arbeiten jetzt als Erntehelfer in der Mais verarbeitenden Industrie und helfen dann quasi den Mais wieder nach Mexiko zu exportieren, wo sie ihn vorher selber eingebaut haben. Das ist so ein Irrsinn. Ein bisschen weniger effizient, wäre vielleicht manchmal ein bisschen menschlicher. Also wir sollten vielleicht so eine Nicht-Regierungs-Organisation zur Bekämpfung der Effizienz aufmachen. Okay. Also anstatt TTIP welthandelial demokratisch-ökologisch-sozial und resilient ist die Alternative. Das sind so auch Kerngedanken dieses Alternativen Handelsmandat. Das ist vielleicht mal ein bisschen ausgestattet. Das heißt, die Resilienz hat es vor allem regionenstärkend. Das ist dieses Problem, dass 2008 die Nahrungsmittelversorgung prekär wurde für 200 Millionen Menschen, die plötzlich zusätzlich gegründet haben. Das geht nicht. Also die Nahrungsmittel müssen raus aus diesem Vertrieb. Die Nahrungsmittel müssen so lokal sein wie möglich. Dazu müssen die Regionen gestalten können. Also ein chilenischer Apfel, der in Ravensburg, wo ja Apfelplankagen noch und nicht auslösen müssen. Wenn ein chilenischer Apfel in einem Ravensburger Supermarkt billiger ist als ein Ravensburger Apfel, dann ist da ein Problem. Dann ist das nicht irgendwie effizient, sondern dann ist das Wahnsinn. Und dann muss man da an einer anderen Schraube drehen. Dann muss man sich als Weltgemeinschaft darauf einigen, wie die Chilenen, wir müssen da jetzt auch irgendwie ein Sorgen-Euro drauf erheben, den auf der anderen Seite abziehen, weil den Boden sie eröffnen. Und dann müssen die Chilenen sehen, okay, das dürfen sie vielleicht auch bei europäischen Nahrungsmitteln machen, die ihre Märkte kaputt machen, aber sie dürfen die irgendwelche Zwangs- oder Strafzölle erheben, um dann eben die Länder wieder auseinander zu definieren. Das heißt also, dieser Welthandel, der beruht jetzt ja darauf, dass eben alle ihre Zölle sägen. Und wenn irgendeiner um die Zölle steigert, dann gibt es Gegenreaktionen. So wie du mir, so ich dir. Aber wenn man das Welthandelssystem auf eine neue Stufe stellt, dann müssen da eben möglichst viele Länder einsehen, dass die Dragungsmittel damit nichts verdorben haben. Und da sind viele Länder, vor allem Entretungsländer, viele Schritte weiter als wir. Also zum Beispiel auch dieses Kleinbau-Netzwerk, Navia, Campesina, ungefähr 500 Millionen organisierten Kleinbauern, die denken genau in diese Richtung. Diese Richtung sollten wir aufnehmen und verstärken. Nahrungsmittel müssen einfach regelmäßig sein. Ökologie heißt Vorsorgeprinzip stärken. Das heißt für mich vor allem, dass das Beschaffungswesen lokal gesteuert werden können müssen. Dass eine Kommune dort einkaufen soll, wo die Bürger wünschen, dass eingekauft werden soll. Warum sollen über große Investitionen der Kommunen nicht direkt die Bürgerentscheide entscheiden? Das soll nicht irgendein Technokrat ein Formular ausfüllen, damit etwas Europa oder weltweit ausgeschrieben wird, sondern das sollen die Leute sagen, ja wir können das Zeug selber Tischler abgeben. Ja oder sonst was. Also da beschäftigen große Kommunen Juristenstäbe, damit sie es doch irgendwie schaffen, eine lokale, das Beschaffungswesen so halbwegs lokal hinzukriegen. Baudienstleistungen in acht Millionen, Auftragswert müssen international ausgeschrieben werden. Ja, aber was will ich dann in einer Stadt mit Hoch-Tief-Leiharbeitern, wenn ich da zehn Bauunternehmen habe? Das ist doch ein Wahnsinn. Man kann auf der einen Seite Technokraten stärken oder auf der anderen Seite, wenn man eben sowas wie quasi die kommunale Mafia verhindern will, dann kann man eben sagen, okay wir verschärfen und verstärken die Demokratie. Okay, dann lassen wir halt die Bürger abstimmen. Dann lassen wir den Bürger auch während eines Zykluses, also zwischen den Wahlen unter Umständen den Bürgermeister oder den Kämmerer abführen. Man kann ja da mal ein bisschen die Demokratie aus der Reserve noch, man kann so weit gehen wie zum Beispiel in Porto Alegre, wo eben die Menschen über ihren Investitionshaushalt selbst entscheiden, über das was zukünftig, was im Laufe für die Zukunft investiert werden soll. Da haben sich anfangs wenig Leute beteiligt, aber es gibt jedes Jahr mehr, als sie gesehen haben, den Regierungsparteien, denen ist das ja wichtig, denn die nehmen das ja ernst und als sich die Bürger ernst genommen fühlten, haben sie mitgemacht. Also man kann die Demokratie aufliegen lassen oder man kann sie einfach kaputt regeln hier. Demokratie, Gemeinschaftsgüter stärken Investitionsschutz raus. Ich glaube, das versteht sich in der Zwischenzeit von selbst. In Sozial heißt Menschenrechte stärken öffentliche Dienstleistungen raus. Öffentliche Dienstleistungen haben in Handelsverträgen überhaupt nichts zu suchen und sie haben so lokal wie möglich zu sein. So lokal wie möglich abgestaltet zu werden. Und dann bleiben Klarspiegel und Crashfest und dafür haben wir internationale Normungsgremien überhaupt keine Freihandelsamt also das geht sowieso das verstehen immer mehr Leute die da angefangen haben und alles hier diese linke obere Ecke in der Zwischenzeit in Deutschland 190 Unterstützer Organisationen und es werden immer mehr und ich hoffe dass wir es tatsächlich schaffen am 18.04. endlich die 2 Millionen Hürde zu nehmen das habe ich vorhin auch schon erzählt die Akta-Proteste die 2 Millionen Hürde zu nehmen für unsere selbstorganisierte Bürgerinitiative die wir haben ja die formalen Richtlinien längst erfüllt aber wir sind ja nicht anerkannt dass es keine großen Folgen hat aber was wir damit ein Stück weit bereits geschafft haben ist den Prozess zu europasieren in immer mehr Ländern gibt es an die TTIP Organisationen veranstalten es werden mehr und das ist auch das Wichtigste dass wir werden also sich organisieren sich in einem als Teil eine erwachsene Bewegung zu führen ist auch was Tolles also es muss jetzt nicht attack sein viele gesündere Organisationen also jetzt bitte nicht bei der FDP aber gute Organisationen Infos von Breiten diese Europäische Bürgerinitiative unterstützen dann würde ich die Kampagne dazu fürstenfeld ist ja bereits tätig frei sehr sehr schön die Kampagne zusammen ein paar jägen die Kampagne die Kampagne geästet das das die Kampagne die Kampagne